... ... ... ... ... ... ... ... In der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm Kadetten über dreimal zwei Minuten stehen sich gegenüber Rote Ecke für Appeldorn Hendrik von der Fahrt Airbox gegen unseren Ali Chen Kocz. Ringfall, Runde 1. Anzeige. Adi! 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 Runde 2. A.B. 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 Hendrik von der Fahrt ist 14 Jahre alt und geht noch zur Schule. Er ist zweifacher holländischer Meister und bestritt bisher 13 Kämpfe. Betreut wird der Hendrik von Dichomardins und Henny von der Mühle. B. A.B. Anhaltungsgerale Ringfreie Runde 2 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 Ringfreie Runde 2